hallo mal lieben freunde dass wir wieder zu einer neuen folge pharma drama so den hängen wir jetzt dran und da springen schluck zum zum reiten meyer was der wieder für ein scheiß da labert an mich treu macht jeden auf der gasse so so schnell wo die schuldig wo die hohe die jetzt ist neben kommt er denn her das soll das kann ich nicht erklären also wirklich nicht ich weiß nicht wie der denn kommt aber ich schon sofort weg kein problem ist nicht die bremse angezogen unterlegt müssen wir immer davon reden jetzt der stand bei der miste dahinten wie soll der denn jetzt hierhin gekommen sein also gottes will das geht gar nicht also dann muss jemand gezogen haben hier und das schild hier hat die resi mir damals geschenkt das hat ihr bruder irgendwoher und das habe ich das ist mein ich will das nicht ich habe ja gesagt ich will ja das ist staats eigentum haben wir lesen habe ich auch gesagt ich habe gesagt das stand bei euch nähe ihr bruder hat das gekauft und das wollte ich mir schenken habe ich gesagt das stand bei euch bei der straße beim hof ohne stand das immer ja komm ich hab keine zeit ich muss am abend heute der weg bringen hänger hier weg muss doch spielen jeder was muss ich ein bisschen zocken ja heute ist ja familientag wunderhübschen ja ja ich sollte es mein freund an probieren hier raus zu hebeln dann fahre ich mich ja okay vielen dank und der hänger wo ist der trailer ist ja schon weg welcher trailer der ecke weder auf der seite liegen das war das ja hier formel 1 hat das schon gemacht okay okay ja danke theoretisch hast du nur einen zum weg finde ich glaube es sind schon alle weg dabei ja 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 alles gut tschüss ach nee muss ich das mal gucken wir stehen weg klicken da meine fressen schafft er hier denn ja 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 ne freddy müsste ich noch anrufen ich muss ihn anrufen unbedingt auf sein auto ich frage ob der mehr sein auto leihen kann der freddy das wieder vergessen eine frage ich bräuchte ein auto den denen ja den den chevy bräuchte ich gleich mal ich muss unbedingt die city mein golfe nicht mehr das steht beim händler ja der schlüsseln ist stecken ja er wollte ich mal die tage abholen schafft ja ja habe ich schon mitbeklickt dass er noch besteht ich wollte den staat ich habe hier in die string kaputt und den brauche unbedingt ja ja klar ich wollte mir nur ein auto ich weiß nicht genau hier mal ich weiß nicht genau wann ich jetzt kann ich den brauche weil ich doch ein bisschen was zu tun habe hier aber ich hoffe dass ich mal sicher nicht nachher der reich kommen holen holen weg ja ja ich ich stelle nachher wieder hin dann das ist ja auffällig genug okay ja alles klar so der traktor davor dann bleibt ja schon mal stehen ja hallo ja ich bin nochmal ja hallo ist weg holt ja soweit ja gut aus dem ist ich weiß das wort das auch missliegen auf dem wie sie die donnermist ja da war ich aber jetzt gucken da war ja irgendwie so viel los ja ja ich sag nur wenn du welche brauchst ja alles klar okay dann ja das wäre jetzt dreist gewesen natürlich noch geld für den mist abgezwackt hätten und ich glaube ein auto gleich das muss nicht sein danach ja so sind wir nicht wo stehen die anderen ecke wissen jetzt die denn hin ach ja da krieg ich dir nur noch welche oder hab ich dir alle cool alle weg das ist ja geil mega so dann fahren wir die schon mal weg ach die soll der scheffeldinger sich selber abholen können wenn er braucht das ist mit guten dienstjahren hier tue ich meinen raps noch verkaufen der hier steht das ist ja da willst du kannst mit genug mit dem ding dazwischen noch verkaufen was was noch reingeht dann ist sie gut dann haben wir ab doch nicht zu früh und nicht zu spät und schöne mischung finden aber das wird schon das ist alles was geld ich habe hier die million voll ich bin rausgeflogen sehr schade rum ich kriege gar nicht alles geerntet ist egal der neue besitzer soll ein bisschen was haben von der mensch ja das mache später noch ein kleines abschiedsgeschenk rieter noch für die gemeindekasse dann sieht das so aus als ob hier was kaputt gegangen wäre und ich will nur kurz in die andere stadt in die dichtung holen ein kleines alibi bis sie gerafft haben dass ich gar nicht wiederkommen und schläge sich über alle berge das passt und schätze die farm amerika ein bisschen wunder gar nicht krieg auf 800 oder so oder 700 so was in der dann habe ich mich doch dann habe ich mega die gemacht dann habe ich in meinem letzten tag in hinter kalt mehr verdient wie die ganze zeit wo ich hier war das ist doch mega oder das wäre doch nicht schlecht das wäre doch nicht recht aber jetzt wenn ich das wäre wenn ich das wäre oder ich bin ich bin nicht würde ich wirklich aber ich bin rufst du dann mal an von amerika und sage ich bin panama panama das land meiner träume kennt das noch jemand panama so denkt jeder der fleißige müller ist recht schon bemüht sich für die millionen voll zu kriegen die drei millionen ja dann ist der müller weg dann habe ich das schon im kaffee nie wieder was höre ich habe auch gar keine sehnsucht mehr zu dem hoch keine beziehung mehr ich habe nur noch schnauze voll sonst sagt man immer so die heimat hängt dann wo das herz hängt an der heimat oder so das war ja auch nie meine heimat oder so von daher aber sonst es hätte können so wunderschön werden aber diesen nachbarn da brauchst du keine freunde mehr ich glaube die lustigen moment die kann ich an einer hand abzählen hier in hinterkaifeck das überlegt die die der erste finanzminister der schuster bürgermeister das haben die mich nerven gekostet alles kaputt gefahren hier dann mein acker als als bombentrichter wird als bombentest krater also das das irgendwo erzählt das klappt dann ja kein mensch ich habe mich auch passen die stecken mich in die klapse Es glaubt einem kein Mensch, was ich hier mitgemacht habe. Einen kleinen Anhänger habe ich auch noch, da ist noch ein paar Taubiter drauf. Nur Scheiße hier, nur Scheiße, Niedertracht und das war hier, sonst gar nichts. Also so viel Missmut gegenüber den Mitbürgern habe ich schon nie erlebt hier. Ich glaube, das gibt es doch nirgendwo. Das Gute in Amerika ist, da gibt es keinen Nachbarn. Es gibt keine Polizei, keinen Bürgermeister oder sowas, die dauernd auf die Schlappen stehen. Zumindest nicht direkt vor Ort. Ja, heute ging es. Außer, dass wir mal die Kühe aufgepumpt haben. Ansonsten ging es, ja das stimmt. Was macht denn mein Auto schon hier? Kuba, ich brauche den noch nicht. Dike 1 und verzieh dich endlich. Ja noch nicht, ne, ich habe noch was vor. Ich brauche den, ich brauche den noch nicht. Das, das baue ich noch nicht. Spockys, PS4, Servus, danke für dein Follow, willkommen in der Chaos Crew. Was heißt, du brauchst denn noch nicht? Ne, fahr die noch mal zurück, sonst fällt es auf. Ich habe gesagt, ich hole die beim Händler ab. Ne, ne, fahr die wieder zurück. Sonst fällt ja mein ganzer Plan auf. Was heißt, mal steigerein und verzieh dich endlich. Nein, das dauert noch. Ich mache das noch. Den Einhänger muss noch voll machen. Da verkaufe ich den und dann. Ja und dann, ja. Dann heu ab. Ich muss ja meine Flucht vorbereiten. Da kann ich nicht von jetzt auf gleich. Vom Mexiko. Servus. Ja, nice. Nice to meet you. Welcome in the Chaos Crew. Vom Mexiko. Hippie toppie. Warte mal ein Hänger. Du hast gar keine Hänger mehr, du saugrubbelst. Doch. Dahinten in meinem Haus steht, da stehen jetzt das gespannter mit dem Deutz, mit dem Emma. Linksbums Deutz. Ja. Ja. Me too. Von Mexiko. The first member from Mexiko. Welcome. Nice. Aber ich bitte, du hast keinen Hänger mehr. Doch. Hinter meinem Haus steht noch einer. Beziehungsweise zwei mit dem Traktor. Nein. Doch, doch. Ich hole die gleich. Krastika Hänger mehr. Ich brauche den aber noch. Ich habe doch noch was drin hier im Tank. Aber gut, meine liebe Freunde. Wie es dann geht. Ob ich meinen Hänger finde oder nicht. Das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ein Abo wäre ein Träumchen. Und wer die Folgen verpasst hat. Hier aus Mexiko. Auf unserem YouTube Kanal könnt ihr jeden Tag eine Folge von heute dem Stream sehen. Jeweils eine Folge jeden Tag 17 Uhr auf YouTube. Könnt ihr alles wieder reingucken. Alles nachschauen. Und noch andere Videos von uns. Und 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 und. Yes. Okay. Wie gesagt. Lass ein Däumchen da an. Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt. Kommt im Team Speed vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dahin will ich sagen. Haut rein. Tschüss.